Uyong hat bei uns am Anfang nicht viel gespielt, 2019, und dann ist er zu Bayern München wieder, zu der zweiten Mannschaft. Und er war in einer guten Mannschaft und er hat viel gespielt. Er hat viel Spielpraxis gehabt. Und er ist zurückgekommen zu uns und er hatte Selbstvertrauen und hat viel auf der Zehner-Position gespielt, hinter den Spitzen, hinter den Stürmen. Und das war eine gute Position für ihn, weil er ist laufstark und er braucht aber auch Freiheiten. Man muss ihn freilassen auch, ein Stück. Und das hat er sehr gut gemacht, jetzt bei uns auch. Und er hat am Anfang in Stuttgart gespielt, dann hat er wieder ein paar Mal nicht gespielt. Und er hat aber sehr, sehr konzentriert weitergearbeitet. Und er ist in einem sehr guten Prozess. Dazu kommt, dass er ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, er liebt Fußball. Wenn er den Ball zieht, er nimmt immer den Ball, er trainiert, er ist fleißig, er arbeitet sehr viel, er läuft sehr viel, er ist sehr diszipliniert. Er hat sich in allen Bereichen weiterentwickelt. Auch von der Persönlichkeit. Er ist sehr, sehr auch eng bei uns. Er ist ein lustiger Kerl. Wir haben viel Spaß, weil er viel auch gute Witze macht. Und von dem her sind wir froh, dass er bei uns ist. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm. Aber mit Jiang Hun auch. Er hat nur Pech, dass er verletzt ist. Jiang Hun bin ich auch. Das sind zwei sehr, sehr tolle Persönlichkeiten. Sehr jung, aber schon richtige Persönlichkeiten. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Vielen Dank.